Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Bei mir ist heute Patrick Hoos, der ist 44 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Chemnitz und lebt in Jena. Er ist der Head of Technology bei der Analytik Jena GmbH. Er wird berichten über seine Erfahrungen als Führungskraft im Kontext eines Teams, was sich auf den Weg gemacht hat, Hardware agil zu entwickeln. Die Analytik Jena, die entwickelt unter anderem Geräte zur Laborautomatisierung im Bereich Liquid Handling. Lieber Patrick, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Ja, Christian, ich freue mich auch. Du hast ja als Führungskraft in den letzten sechs Monaten hautnah miterlebt, wie es ist, wenn Menschen in einem Unternehmen zum ersten Mal nach Scrum arbeiten. Wie hast du denn diesen Beginn bei euch im Unternehmen erlebt? Zunächst erstmal ist es nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch bei der Führungskraft lernen. Lernen, lernen, lernen. Für mich ist Agilität etwas gewesen, was bisher nur so Catchwords waren, Buzzwords. Und als wir begonnen haben, Anfang des Jahres, stand erstmal nur die Frage, wie können wir ein agiles Mindset in der Firma verankern. Das wollten alle, aber niemand wusste wie. Und wir haben dann erstmal ja schon eine grundsätzliche Theorieeinführung bekommen. Und ich bin ja mit diesem Pilotprojekt, das wir gestartet haben, auch unmittelbar in dem Team hierarchiefrei gestartet, zumindest als Versuch. Aber dazu vielleicht noch später. Es hat sich aber herausgestellt, es braucht tatsächlich Führung, weil das Ganze ja auch im Kontext im Unternehmen stattfinden muss. Das heißt, es braucht Führsprecher, die sich stark machen dafür, dass man überhaupt ein Team in dem Stil zusammenführen kann. Und dass auch die Mittel gewährleistet sind. Und das, was zu meinem Kern im Scrum, nämlich das Freihalten des Teams, das braucht in einem klassischen Unternehmen tatsächlich erstmal auch Führungskräfte, die die Rückendeckung geben. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext. Also die Analytik Jena, was macht ihr denn, wo kommt ihr denn eigentlich her? Und in dem Zuge, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr an den Punkt gekommen seid, wo ihr gesagt habt, ihr müsst hier irgendwas in eurer Zusammenarbeit verändern? Die Analytik als solche ist als Händler gestartet. Aber man muss jetzt fairerweise sagen, der Bereich Liquid Handling, für den ich hauptsächlich stehe, der kommt aus einer anderen Firma ursprünglich. Die wurde 2014 akquiriert durch die Analytik Jena. Und der Bereich ist hauptsächlich fokussiert auf Hardware im Labor, also Instrumente. Und die Entwicklung von den Geräten, die erfolgt, ganz klassisch. Also man kriegt einen Input, einen Lastenheft vom Product Management. Man schreibt entsprechend ein Pflichtenheft und entwickelt das. Allerdings leben wir in einem Umfeld, wo wir sehr, sehr viel Customizing betreiben. Und das war über lange Strecken sehr hilfreich für uns, hat eine gute Marktpositionierung erlaubt, halt genau das zu liefern, was einzelne Kunden gebraucht haben. Und wir haben tatsächlich durch die Akquise auch und durch diese Entwicklung mit dem Customizing ein Stück weit den Tritt verpasst, uns zukunftsfähig aufzustellen. Und das Ende vom Lied ist, man setzt ja sehr viele Ressourcen ein, um das bestehende Produktportfolio zu erhalten und auch das Customizing, so wie die Kunden das ja gewöhnt sind, aufrecht zu erhalten. Und es wird immer schwieriger, Neuentwicklungen zu denken. Und dann kommt es halt auch dazu, dass die Mitarbeiter ein gewisses Silo-Denken haben. Also sie erwarten halt, dass sie genau gesagt bekommen, was zu tun ist. Also ultragenaue Vorgaben auch vom Produktmanagement zu bekommen. Und ja, das artet irgendwann aus. Und vor allem ist nicht mehr ein Miteinander, weil faktisch die Vision für die Zukunft fehlt und auch der gemeinsame Gestaltungswille fehlt. Das war ein Stück weit die Situation. Und warum habt ihr euch dann ganz speziell mit dem Thema Agilität beschäftigt? Also was habt ihr euch davon erhofft? Ich habe es vorhin erwähnt, das agile Mindset war so gewünscht. Also da hat man zunächst erstmal nur damit verbunden, diese Frage, ja, können denn die unterschiedlichen Mitarbeiter nicht miteinander sprechen? Das sind doch zum Teil banale Absprachethemen. Also man muss dazu wissen, wenn unsere Geräte, das ist immer die Hardware selber, also ein Konstruktionsanteil. Das ist Elektronik, das ist Software, das ist Firmware. Aber auch, das muss ja einer gewissen Applikation im Kontext stehen. Und das heißt, wir haben schon mindestens vier Parteien, die an der Entwicklung unmittelbar beteiligt sind, neben Vertrieb und Produktmanagement und Produktion etc. Und es ist halt essentiell, dass die miteinander sprechen. Und zwar nicht erst bei einer Übergabe von dem Paket, sondern von Anfang an. Und das agile Mindset, was wir da sozusagen meinten, war, warum schaffen wir das nicht, dass wir wirklich gemeinsam an einem Strang auf das Ziel ziehen. Und das war letztlich dann Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres wirklich so ein Punkt, dass wir gesagt haben, also wir müssen jetzt einen Weg finden, wie können wir damit umgehen. Ich glaube, dass das einige Hörerinnen und Hörer aus ihrem eigenen Unternehmen auch kennen. Wie ging es denn dann bei euch weiter? Einige Mitarbeiter bei uns aus der Firma hatten auch schon Kontakt mit ProAgele und haben schon immer gesagt, ja, dann müssen wir halt Scrum einführen. Und ich war dazugegebenermaßen etwas skeptisch, weil es für mich erst mal auch ein Buzzword war. Und ich hatte mich vorher schon immer mal wieder damit irgendwie so minimal befasst. Ich hatte aber immer das Gefühl, na gut, ich kann mir das gut vorstellen für Software, aber für Hardwareentwicklung mit allem, was drum und dran ist, ja, ist schwieriger. Und ja, letztlich war es aber dann die Situation, dass wir gesagt haben, na ja, irgendwas müssen wir machen. Und jetzt probieren wir es halt mal mit Scrum. Und wir sind sehr glücklich, dass wir dann dich, Christian, gefunden haben, der uns auf eine sehr gute, aber auch direkte Art darauf hingeführt hat, wo bei uns eigentlich der Schuh klemmt. Ja, vielen Dank. Das freut mich natürlich. Aber beschreib das bitte noch mal ein bisschen genauer. Also was hast du selber gelernt und was hat sich bei euch in dieser Zeit verändert? Es ist für mich als Führungskraft absolut begeisternd zu sehen, wie genau dieses, was wir als agiles Mindset am Anfang so im Kopf hatten, ganz schwammig jetzt zutage gekommen ist. Also wirklich die Zusammenarbeit im Team, eine echte Zusammenarbeit, kein Belauern von, hast du das jetzt gemacht? Oder können wir jetzt endlich weiter? Ach nee, jetzt kann ich nicht, weil jetzt bin ich wieder irgendwo anders drin. sondern wirklich eine Zusammenarbeit, wo auch ein interdisziplinäres Lernen stattfindet. Also plötzlich versteht halt der Elektroniker, warum bestimmte Dinge in der Hardware nicht möglich sind. Und der Anwendungstechniker kann sein Wissen vermitteln, damit die Firma weiß, was er eigentlich liefern soll. Also es ist unglaublich spannend. Also gerade dieses, was wir dann gemacht haben, regelmäßig, logischerweise, dieses Peer Review über Disziplingrenzen hinaus, das hat wirklich Augen geöffnet für viele. Und ich bin hellauf begeistert, weil ich habe jetzt im Verlauf der letzten Monate Dinge gehört von Mitarbeitern, die jetzt in dem Pilotprojekt waren, die gesagt haben, also A, ich will nie wieder anders arbeiten und B, im Vorbeigehen gehört, dass Leute gesagt haben, hey, ich darf in dem Projekt mitarbeiten. Und das war für mich unvorstellbar vorher. Da war das halt immer so, ja, jetzt muss ich ja dort auch noch was und ach ne, jetzt muss ich wieder rausgerissen werden. Dort ist auch noch was und das habe ich auch noch aufgedrückt gekriegt. Also dieses Hin- und Hergerissensein. Was du beschreibst, dieses fokussierte Arbeiten, also die Leute möglichst nur in einem Thema zu belassen und nicht in zig verschiedenen, zum Beispiel Projekten gleichzeitig arbeiten zu lassen. Ist euch das wirklich gelungen? Ehrlich gesagt, wir haben es nicht 100 Prozent umsetzen können, aber doch zum erheblich großen Teil. Und das ist toll zu sehen. Die Leute sind motiviert. Und es hat eine Strahlkraft. Also ich habe gerade Anfang der Woche, sagte mir jemand, naja, wie geht es denn weiter? Andere Teams sind quasi ein bisschen neidisch auf das, was da passiert ist. Und ja, also ich weiß, das ist ein Anfang. Es muss weitergehen. Und ich sehe eigentlich, war es vorher eine Option, die wir probieren wollen, ist es jetzt für mich eigentlich Tatsache, dass wir da nicht mehr drumherum kommen. Also ein Zurück gibt es nicht. Man muss natürlich schauen. Allein Scrum ist immer ein Teil des Puzzles. Es geht weiter. Aber das ganze Thema System Engineering wird für uns in Zukunft eine viel, viel größere Rolle spielen. Und ich habe für mich tatsächlich jetzt so diese Perspektive, egal was so passiert. Ein Unternehmen ändert sich auch mal schnell mit den Prioritäten. Aber dass wir dort auf jeden Fall noch nachlegen wollen, ausbauen wollen, auch über wirklich Skalierung sprechen. Nicht mit der Brechstange, das funktioniert nicht. Aber so Stück für Stück auch die nächsten Level angehen. Ich würde gerne das nochmal ein bisschen sortieren, das Ganze. Also du hast gesagt, ihr kommt ja aus einer Zusammenarbeit, wo ihr also stark in Silos organisiert wart. Und ein Symptom davon war, dass Menschen einerseits nicht mehr miteinander gesprochen haben, über diese Silo-Grenzen hinweg. Und ein anderes Symptom war, es kommt sicherlich aus diesem starken Anforderungsmanagement, was ihr hattet, was man so klassischerweise im Wasserfall natürlich auch ganz oft findet, wo also im Prinzip jedes Detail vorgedacht wird vermeintlich. Und dann eigentlich die Entwickler, in Anführungsstrichen, das nur noch von links nach rechts abarbeiten müssen. Also jetzt nicht mehr so viel zum Denken angeregt werden, sondern eher zum Umsetzen sozusagen verpflichtet werden. Das ist ja auch so ein Symptom, wenn man dann plötzlich hört, dass Menschen sagen, ja, sag mir ganz genau, wie ich es umsetzen soll, sonst mache ich es nicht. Und das kennen bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, dass man da irgendwo wie so ein gefühlter Stillstand, der dann entsteht, dass Menschen Verhalten zeigen, bedingt durch das Systemdesign, das vielleicht für eine vitale Weiterentwicklung von neuen Themen, Innovationen nicht ganz so förderlich ist. Ihr hattet also damals die Entscheidung getroffen, du hattest das gesagt, das agile Mindset. Und ich würde das jetzt mal so übersetzen, dass die Kommunikation gefördert wird, Leute alle in einem Strang ziehen, dass weniger in solchen Kästchen gedacht wird, sondern mehr in holistisch, in dem Miteinander, Produkt- und Projektbezogen gedacht wird. Jetzt seid ihr damals gestartet, du hast jetzt auch schon mehrere Sachen erzählt, was gut gelaufen ist. Was war denn so für dich so dein allererster Aha-Moment, als es losging oder bevor es losging, so in dieser Phase, wo du gemerkt hast, okay, hier ist wirklich was anders? Naja, wir hatten ein Gespräch und du hast gesagt, das funktioniert nur, wenn wir 100 Prozent auf dem Projekt sind. Der Wille war da, aber die Einsicht kam natürlich sehr, sehr schnell, dass das eine echte Herausforderung ist. und wir hatten, ich hatte es vorhin ja auch schon gerade erwähnt, ich bin in das Team eingestiegen, als PO an der Stelle, weil ich das Thema, um was es da geht in dem Projekt, halt sehr gut kenne und auch Kunden, die in dem Bereich sind, sehr gut kenne. und aber ich muss auch zugeben, ich hatte, bevor wir eingeführt wurden, kein Rollenverständnis vom PO. Natürlich ist meine Führungstätigkeit an der Stelle ja nicht weg gewesen. Man kann sich das ja leicht tun, aber aus meiner Sicht ist es schon wichtig, da auch Zeit zu investieren. Und wenn diese Zeit halt nicht mehr verfügbar ist, weil man 100 Prozent auf dem Projekt ist, dann wurde ich an der Stelle einfach nicht allen gerecht. Ich bin halt auch so ein Perfektionist, ich will die Sachen dann auch gut machen und habe halt irgendwann gemerkt, das geht einfach nicht und habe dann jedenfalls die Notleine gerissen und musste auch wirklich erst mal ein Stück weit raus aus der Arbeit. Aber, und das war eigentlich das Tolle, man muss ja mal die positiven Seiten auch sehen, wir hatten einen Produktmanager, der vorher in dem Projekt schon drin war und es hat sich dann sehr schnell eigentlich die Frage gestellt und zwar sowohl für das Team als auch für dich, als auch für ihn selbst, ist das jetzt etwas, was vielleicht für ihn eine gute zukünftige Rolle wäre? Das konnten eigentlich alle Seiten relativ schnell bejahen und auch da wieder, ich bin fasziniert, also natürlich musste er auch in die Rolle reinwachsen, das war jetzt nicht natürlich gegeben, aber ich finde es fantastisch, wie er aufgeht in dieser Rolle und sich diese Aufgabe annimmt und da bin ich sozusagen doppelt froh. A, ich kann mich wieder auf meine Dinge konzentrieren und B, wir haben einen PO für das Team gefunden, der einfach passt, von vorn bis hinten. Ich kann mich da auch gut dran erinnern, ihr hattet ja selber entschieden, dass du der PO bist und ich hatte dir am Anfang schon gesagt, dass das nicht günstig ist, diese Konstellation, die hierarchische Führungskraft und gleichzeitig PO, aber ihr seid nun mal so gestartet aus diversen Gründen und nach knapp einem Monat schon war klar, das funktioniert so nicht in dieser Doppelrolle, dass dann durch deinen Ausfall, du warst ja mal zwei Wochen auch nicht da, trotzdem plötzlich Prozesse gegriffen haben schon in dem Team, dass die Mücke sozusagen, die dann da war, gefüllt wurde und eben dieser Product Owner die Verantwortung übernommen hat und du nach deiner Rückkehr erleben konntest, dass das Team weiter gearbeitet hat, was wahrscheinlich nicht der Standard wäre oder wie muss ich das verstehen? Nee, das wäre definitiv nicht der Standard gewesen vorher, das wäre gewesen, na gut, da ist jetzt jemand nicht da, dann können wir uns beruhigt um andere Dinge kümmern und wenn er wiederkommt, dann müssen wir mal sehen, ob wir wieder aufgreifen können und das ist natürlich, also das war für mich insofern ein Aha-Moment, fand ich absolut toll. Ich bin nicht traurig drum, dass es so gelaufen ist. Also erstens ist es für mich eine absolute Erfahrung gewesen, die ich so sonst nicht gemacht hätte, wenn ich mich nur in meiner Füllungsrolle bewegt hätte. Also ich habe gerade die Anfangszeit, wo die Lerngruppe am steilsten war, natürlich sehr, sehr intensiv miterleben können und das war für mich bereichernd und wichtig und dann haben wir aber, so mal angepasst, eine ordentliche Retrospektive gemacht und geschaut, ist das jetzt noch sinnvoll so weiter oder braucht man eine Anpassung, damit wir erfolgreich sein können mit dem Pilotprojekt und das war das Ergebnis. Ihr habt das jetzt im Januar gestartet 2021, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir im August 2021. Wie hat sich denn jetzt in der Zeit dein eigenes Führungsverständnis, ich meine, du bist immer noch in einer hierarchischen Rolle, einem hierarchisch organisierten Unternehmen, ihr habt jetzt so ein Pilotprojekt, wie ihr das nennt, wo man sozusagen mal Scrum wirklich ausprobiert in der Praxis, aber wie hat sich jetzt durch die Zeit dein persönliches Verständnis als Führungskraft verändert? Na ja, zum Start muss man sagen, ich war schon immer, auch als ich noch kleine Projektleiterrolle oder sowas war vor vielen Jahren, immer der Überzeugung, es bringt überhaupt nichts, wenn der Chef sagt, was gemacht werden muss und dann Controlling betreibt, dass das alles so läuft. Also ich war von vornherein immer, habe schon immer die Einstellung gehabt, ich will fähige Mitarbeiter haben, die selbstständig und eigenverantwortlich auch handeln. Insofern kommt mir Scrum natürlich sehr gelegen als Führungskraft, weil das ja genau darauf basiert. Was ich gemerkt habe, was bei mir oder Unternehmen vorher völlig zu kurz kam, war wirklich dieses fokussierte Handeln und auch, wie komme ich dazu, dass ich sozusagen meinen Fokus habe. Also da sind wir doch lange nicht fertig mit dem Umdenken, ja, das ist weiterhin eine große Herausforderung. Wir haben es sozusagen, weil gerade, weil ich hatte es ja vorher erwähnt, dass wir sehr stark kundenfokussiert arbeiten, starken Customizing auch. Wenn man den einzelnen Kunden anschaut, dann hat jeder einen sehr, sehr guten Grund, warum er jetzt da bedient werden soll. Und die Gründe, die sind vielfältig, die sind jetzt nicht nur technisch, die sind halt im Geschäft begründet und die unterstützen zum Teil auch strategische Überlegungen, die wir ohnehin haben. Also die sind stark, die Gründe. Aber zwischen den einzelnen Kunden zu priorisieren, ist halt eine echte Herausforderung. Und dann auch den Spagat hinzubekommen, dass man sagt, ja, man macht das Customizing, aber man muss auch eine klare Vision haben, wo wollen wir mit unserem Standardprodukt hin. Und die Art und Weise, wie wir gemeinsam mit dir am Anfang die Planings gemacht haben und auch die Entscheidungsfindung, also sowohl das eine, was ist jetzt ja wirklich unmittelbarer Wert, den wir stiften können. Also was ist durch das Team eigentlich zu schaffen in einem Sprint? Das hat mir sehr geholfen, die Dinge klarer zu sehen und da auch tatsächlich dieses Nein-Sagen zu lernen. Und das Spannende ist, ich bin natürlich auch mit meiner Führungskraft darüber in Kontakt, im Austausch und da ist das gleiche Thema immer wichtiger geworden. Und wir lernen gemeinsam, also jetzt nicht nur die Führungskräfte, auch alle Mitarbeiter, wie wir da besser werden können. Und zum Beispiel ein Event, nämlich die Retrospektive, ist zum Beispiel etwas, was wir vorher nie gemacht haben, was uns sehr, sehr wichtig geworden ist, weil wir gemerkt haben, dass das dieses Ehrliche, ohne, sagen wir mal, Angst, dass man sich jetzt irgendwie in die Ecke gestellt fühlt oder so, dieser ehrliche Umgang zu fragen, wie haben wir es dann gemacht? Ist das, wie wir es machen und wirklich jetzt das Richtige oder braucht man da eine Korrektur? Das ist vorher nie da gewesen, aber es wirklich als Chance zum Lernen zu verstehen, das haben wir jetzt in vielen Runden verwendet und auch andere Kollegen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Scrum-Team zu tun hatten, haben das wahrgenommen und haben gesagt, ey, das ist cool, ja, das machen wir jetzt auch. Und für mich war das zum Beispiel, ich weiß gar nicht mal, in welchem Buch, das war eins, was ich am Anfang gelesen hatte, da ist Sutherland damals gefragt worden, ob man nicht diese Retrospektive weglassen kann. Und er hatte gesagt, ja, macht es andersrum, fangt mal an und macht nur die Retrospektive und darauf aufbauen und macht er dann sozusagen den Rest von Scrum. Das fand ich unglaublich bezeichnend. Ich hätte es vor zwei Jahren nicht geglaubt, wenn mir das jemand erzählt, dass ich das mal so sehe, aber ja, also das ist die Lernchance. Also prinzipiell, wenn ich jetzt auch im Unternehmen irgendwo an Grenzen stoße oder so, dann sprechen wir halt anders, dann machen wir halt die Sprache über, wie können wir als Organisation lernend sein. Und das ist, denke ich, ein Kernelement von Scrum. Und das begeistert mich. Wenn ihr jetzt mal darauf schaut, dass ihr diese Arbeitsweise für euch ausprobiert, dann ist ja trotzdem die Frage, was hat denn am Ende der Kunde davon und was haben eure Mitarbeiter davon, dass ihr das macht? Also hat es da irgendwie für dich einen Mehrwert, der sichtbar wird? Na, definitiv. Also Kunde sowieso, weil jetzt können wir das Ganze ganzheitlicher angehen. Also es gibt nicht eine Abarbeitung von einem Lastenheft, was dann statisch bleibt von Anfang an bis zum Ende, sondern wir können wirklich das komplette Feld sehen. Wir können in den Entwicklungsprozess die Kunden einbeziehen. Das ist für uns ein absolutes Neuland gewesen und ist und bleibt herausfordernd, aber ist die Chance. Aber mal ganz kurz, wenn du sagst, das ist für euch Neuland, den Kunden einzubeziehen, aber eigentlich ist es doch so, das höre ich ja nicht zum ersten Mal, das höre ich ja immer wieder, das ist doch, ihr macht das ja für Kunden. Warum glaubst du, ist es so schwierig in so klassischen Unternehmenskontexten den Kunden, also für den man das macht, in den Entwicklungsprozess nah mit einzubinden? Ja, das eine ist die zeitliche Perspektive. Also wenn man jetzt sagt, okay, man macht auch eine gute Marktrecherche und wir haben das ja vorher auch gemacht, aber das fließt halt irgendwo in Produktmanagement, in die langfristige Strategie 1 wird am Anfang gemacht und dann startet irgendwann die Entwicklung und man weiß, das gibt Freigrabeprozesse und bis das mal alles zum Laufen kommt, da ist eigentlich der Datenstand von den Kunden schon, ja noch nicht komplett veraltet, aber es ist einfach Vergangenheit. Und gerade in dem Laborbereich, in dem wir unterwegs sind, das ist schon ein dynamischer Kontext, auch wenn viele Kunden noch sehr, ich soll sagen, die sind sehr konservativ, aber die Technologie, die treibt einfach in diesem Umfeld und damit ändern sich auch Anforderungen und das gab es vorher nicht, dass man über ein Entwicklungsprojekt und da muss man halt sagen, also eine Hardware-Entwicklung in dem Umfeld mit allen Zulassungen und was da mit dranhängt, wenn wir die in drei Jahren gewuppt bekommen, das sind wir stolz, ja. Und in drei Jahren passiert aber im Umfeld unglaublich viel und es gab bisher keine, kein Loop, um da das gegenzuchecken und mit Scrum und mit dem Ansatz in jedem Sprint auch wieder zu hinterfragen, machen wir denn noch das Richtige, sind wir auf dem Weg zum Ziel, die Chance das im Blick zu haben. Bei dem Pilotprojekt gab es ja so einen artifiziellen Termin, nach fünf Monaten sollte das geschafft sein, das hat das Team jetzt nicht geschafft und sogar darüber hinaus eine Prognose aufgestellt, die sogar mehrere Monate über diesen artifiziellen Termin hinausgeht, wie bewertest du das denn? Als erstes haben wir mal gelernt, ein kompletter Projektplan, also ein Gantschart von der Entwicklung, der hat sein Limit, sagen wir es so. Und ja, warum hat es jetzt länger gedauert und wird auch noch andauern? Es hat natürlich auch viel, viel mehr gezeigt, wo sind denn eigentlich noch die Baustellen? Was müssen wir bearbeiten, um wirklich für den Kunden Wert zu schaffen? Jetzt in dem Austausch mit den Kunden und auch mit unseren internen Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen kriegen wir natürlich viel, viel schneller ein Feedback, was ist denn gut, was muss denn noch korrigiert werden? Und das braucht tatsächlich noch mehr Zeit, aber die Zeit bin ich an der Stelle gerne bereit auch zu investieren, weil ich sehe, dass da ein wirklich gutes Produkt, also ein Produkt draus kann, was viel, viel stärker den Marktbedarf auch deckt. und letzter Punkt, vor dem Dreivierteljahr hätte man mich nach MVP fragen können, hätte ich gesagt, okay, keine Ahnung, wusste ich nicht. Das hat sich bei uns jetzt stark verankert, dieser Gedanke, also Minimum Viable Product, dass man in dieser Entdenke denkt, dass man also mal wirklich Inkremente fertigstellt und entsprechend auch ein Produkt released, auch wenn es noch nicht komplett 100% durchentwickelt ist. Hat sein Limit in der Geräteentwicklung, weil ich natürlich an irgendeinem gewissen Punkt muss ich die Zulassungen auch bekommen. Also Hardware-technisch kann ich da nicht mehr so sehr, sehr viel ändern, aber wir wissen ja in jedem Instrument, was wir da entwickeln, hat Software einen immer größeren Anteil und die Software war bisher immer ganz, ganz am Schluss, so nachdem man da, es hilft jetzt nichts, wir müssen jetzt launchen und dann ist im Zweifel das Softwareprodukt noch nicht richtig rund und jetzt können wir aber sagen, ja gut, ja, wir haben es noch nicht 100%, aber wir können das Produkt launchen mit einem MVP so und so, das erfüllt den Zweck und dann kommt in einem regelmäßigen Zyklus das nächste Darauf-Release, wo wir noch mehr Funktionalität gewährleisten, um auch immer wieder so an dieser Kante von, wir erfüllen nicht nur das Minimum mit der Software, sondern wir schaffen sozusagen etwas Interessantes, was auf der Kunde auch heiß ist. Ja, und der nächste Schritt wäre jetzt, wenn man also sich dann nicht nur an der Stelle auf die Software konzentriert, sondern auch auf die, auf das Produkt an sich, also auf die Hardware, wäre natürlich das Ganze auch grundsätzlich modular zu denken. Dann muss man eben die Zulassung nicht für das gesamte Produkt durchlaufen, sondern immer nur für die einzelnen Modulkomponenten letztlich, die wie eigene Produkte zu verstehen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit im agilen Kontext natürlich hier auch noch mal mehr Flexibilität in die Entwicklung zu bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall ein heißes Thema, also das ganze Modularität, dass es etwas ist, bei uns viel zu kurz gekommen in der Vergangenheit, also da wirklich auch darauf hin, dass wir uns deutlich verbessern. Bei Zulassung kann man nicht ganz so modular denken, außer man hat wirklich eine Plattform und erweitert die Plattform halt in gewissem Maße. Haben wir auch vor, aber eine Plattform mal so schnell zu entwickeln, das ist halt auch eine Herausforderung, das dauert dann doch ein bisschen länger. Patrick, hast du denn noch mal jetzt in der Rückschau noch mal irgendwie einen Work-Hack oder einen ganz konkreten Tipp für andere Führungskräfte, die sich vielleicht auch auf dem Weg befinden, darüber nachzudenken, so Entwicklungen von Hardware und kombinierten Softwareprodukten ja vielleicht ein bisschen agiler zu gestalten, worauf sie am Anfang oder im Vorfeld vielleicht ganz besonders Wert legen sollten? Eine grundsätzliche Geschichte ist, dass alle das auch wollen. Also wir hatten das ja auch am Anfang, Team wurde mal grundsätzlich erst mal in die Thematik Scrum von dir eingeweiht und da waren mehr dabei, als am Ende im Team gelandet sind und es gab die Freiwilligkeit. Also Freiwilligkeit sehe ich als wichtig, weil nur Menschen, die auch, Mitarbeiter, die halt auch wirklich mitmachen wollen, machten Sinn für so ein Projekt. Das war das eine und das andere ist, da muss ich jetzt Werbung machen sozusagen, wir hätten es nie und nimmer aus eigenem Überlegen heraus und durch Anlesen und mal ein paar Podcasts anhören oder eine zwei Tage Weiterbildung machen, hätten wir das nicht geschafft. Es ist ein Paradigmenwechsel und ich kann es nur jedem empfehlen, da auch ein Coaching in Anspruch zu nehmen, auch durchaus über einen längeren Zeitraum. Bei uns war es jetzt ein halbes Jahr, das war jetzt für uns, denke ich, ganz gut. Das Team hätte mit Sicherheit auch den Luxus genossen, noch weiter begleitet zu werden, aber es sind so viele fundamentale Sachen, die mal anders gedacht werden. wir hätten lange gebraucht, das aus eigener Kraft zu stemmen. Wer das wirklich will und angehen will, Teams suchen, die committed sind, so viele Lokomotiven auch darstellen und wenn euer Geldbeutel das zulässt, nehmt einen Coaching in Anspruch. Lieber Patrick, wenn man mehr über dich oder euch erfahren möchte, wie kann man mit dir oder euch am besten Kontakt aufnehmen? Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen old style, also mich erreicht man per E-Mail oder per Telefon. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du deine Erfahrungen hier geteilt hast mit uns und dass du so einen kleinen Einblick mal aus deiner spezifischen Sichtweise uns geschenkt hast, wie du dieses Pilotprojekt bei euch bei der Lütik Jena erlebt hast, wie du es begleitet hast und was es mit dir und mit euch gemacht hat. Also vielen Dank, dass du hier im Podcast mit dabei warst. Gerne. Wusstest du eigentlich, dass die Produktion einer Podcast-Folge ungefähr acht Stunden dauert? Das ist ganz schön viel Arbeit und jetzt kommst du ins Spiel. Hilf mir dabei, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Du kannst den Podcast Agilität in der Praxis zum Beispiel an Freundinnen und Freunde, Kolleginnen oder Kollegen weiterleiten oder du hinterlässt bei iTunes eine positive Rezension. All das hilft dabei, den Podcast bekannter zu machen und die Reichweite zu erhöhen und natürlich mehr Menschen mit den Themen in Berührung zu bringen. Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche dir bis zum nächsten Podcast eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören.